Musik Liebe Nutzerinnen und Nutzer, im ganzen Bundesgebiet führe ich Wahlkampf und kämpfe um Zweitstimmen, denn die Zweitstimmen entscheiden darüber, in welcher Stärke wir in den nächsten Bundestag einziehen. Aber in Berlin-Treptow-Köpenick, da kämpfe ich auch vehement um Erststimmen, denn dort bin ich 2005 direkt in den Bundestag gewählt worden und hole mir jetzt meine Zensur ab. Und ich hoffe, dass die Treptowerinnen und Treptower, die Köpenickerinnen und Köpenicker sagen, doch, wir wählen den Gysi wieder direkt in den Bundestag. Ich habe eine ganze Menge Aktivitäten in meinem Wahlkreis unternommen, viele Bürgerinnen und Bürgersprechstunden, viele Veranstaltungen besucht, Ausstellungen eröffnet, mit Unternehmerinnen und Unternehmern gefrühstückt, mich mit Arbeitslosen getroffen. Also die ganze Breite der Bevölkerung versucht, kennenzulernen, die Probleme zu erfahren und das umzusetzen. Ich bin übrigens dafür, dass die Bundestagsabgeordneten so aktiv wie möglich im eigenen Wahlkreis tätig sind. Wenn nicht, glauben sie nämlich, dass die Drucksachen des Bundestages das Leben sind. Das aber ist dein Virtu.